Ja, da ist ein scheiß Bulle. Nein, nein, da ist ein scheiß Bulle. Ein scheiß Bulle ist da. Ein scheiß Bulle. Ich beleidige sie doch nicht. Ich beleidige sie nicht. Nein, kommen sie doch mit, kommen sie mal mit. Nein, kommen sie doch mit. Nein, kommen sie doch mal. Ich sage doch nur, dass da ein scheiß Bulle ist hier. Ja, hören sie doch jetzt auf Mensch. Nein, hier. Ich wollte nur... Der versperrt hier die ganze Zeit den Weg. Von dem Fußgänger. Frauen mit Kinderwägen, die kommen wir nicht lang. Sehen sie nicht? Das ist Gefährdung des Straßenverkehrs. Alter. Nicht eher ernst.